und tag 16 ist der letzte urlaubstag na ihr kleinen affen guten morgen ja ist das hier noch früh am morgen ist der letzte richtige tag hier für uns es war nicht ganz so tolles wetter als paar wolken sondern guckt noch nicht so raus deswegen wer zu früh ist wollte ich euch mal noch zum abschluss das hotel wenigstens zeigen mal durchlaufen also auf geht's da 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 Ja, sind wir auch schon draußen. Jetzt habt ihr den Weg gesehen von unserem Balkon, wo ich ab und zu ein Video aufgenommen habe. Und jetzt bin ich gleich an der Laterne, wo ich glaube noch öfters stand. Tja, ansonsten, was ich ja gestern schon angekündigt, weiß ich nicht so recht, ob heute noch etwas Interessantes zum Aufnehmen kommt. Wahrscheinlich ja nicht. Also schalte ich jetzt mal eher zu dem abendlichen Ort. Hallöchen, da bin ich auch schon wieder. Und ich habe gerade schon vergessen, dass ich heute Morgen ein Video gemacht habe, also das, was ihr gerade gesehen habt, wo ich durchs Hotel gelaufen bin. Ja, deswegen habe ich gerade falsch angefangen, so ein bisschen. Also zweiter Versuch. Jetzt abends, wie ihr seht, war noch nicht ganz so dunkel wie sonst. Ich wollte noch die letzten Sonnenstrahlen erhaschen. Hat mich nochmal runter gesetzt hier. Ja, oben werden schon die Sachen gepackt. Morgen früh geht es wieder los. Und das ist dann logischerweise das vorletzte Video im Urlaub. Und ja, wie ich aber schon in den letzten Videos sagte, ist nicht mehr so viel los gewesen. Und zwar heute Morgen habt ihr, wie gesagt, gesehen, dass ich durchs Hotel gelaufen bin. Dann habe ich auch nichts mehr weiter aufgenommen, glaube ich. Wir sind noch mal in der Stadt gewesen, haben noch letzte Souvenirs eingekauft, sind ja letztes Mal baden gewesen. Und ja, das war dann auch der Tag schon wieder. Ja, im Allgemeinen könnte ich mal noch ein Fazit ziehen über den Urlaub. Es ist sehr schön hier, immer warm und warmes Wasser und hübsche Strände und alles und was weiß ich. Es ist manchmal ein bisschen dreckig, weil die Leute, die sind auch einfach, sind aber sehr nett, Griechen. Da oben kommen auch wieder Leute. Ja, allerdings lassen die auch gerne mal Sachen liegen, deswegen ein bisschen dreckig. Und hier stehen auch ein paar Bauholien und sowas rum. Vielleicht mache ich mal einen Cut kurz hier. Und hier stehen auch noch eine Bühne, die da oben sind und das stammt. Und dann sehen uns das Wasser. Und dann sehen wir uns aus dem Spiel. Okay, die sind vorbei. Ja, die Griechen, was mir ein bisschen leid getan hat, sind die Tiere hier. Das ist auch, wie man auf den Postkartenständern immer sieht, so eine Insel der Katzen. Hier gibt es ganz viele streunende Katzen und so, die immer betteln. Aber wenn ihr denen was gibt, dann kommt die auch mal wieder, das ist auch nicht so gut. Dann Hunde, gibt es auch eine Menge. Hier ist zum Beispiel direkt vor unserem Hotel, ist hier so ein Parkplatz gewesen von so einen Autos, die man sich mieten kann. Und da war ein Hund angebunden auf dem Parkplatz die ganze Zeit, Tag und Nacht. Irgendwann vor einer Woche oder so haben sie den abgeholt, wo die Hütte, ich weiß gar nicht, was mit dem geworden ist, ob sie den mitgenommen haben oder keine Ahnung. Jedenfalls war der ja die ganze Zeit angeleint und hat da, ist da in seiner Hütte im Kreis gelaufen. Und weiß ich nicht, ob der von denen auch was gekriegt hat, habe ich auch nie gesehen. Aber irgendwie muss er ja überleben oder ob er nur von Urlaubern was kriegt. Genauso mit den Katzen, aber naja, darf man sich nicht zu genau angucken, sowas. Das ist natürlich traurig, aber so ist es. Aber im Allgemeinen, wie gesagt, ist es schön hier, sonnig, warm. Und ja, das war es dann auch mit diesem Urlaub. Dann seht ihr morgen nur noch, wie ich denn wieder nach Hause fliege. Vielleicht schaffe ich es wieder zu filmen aus dem Flieger raus, was man ja eigentlich nicht darf. Man darf keine Elektrogeräte anmachen und so. Aber naja, ich bin ein Bad Boy. Oder auch nicht. Tja, wie ich ja zu Hause angekommen bin, mache ich wahrscheinlich auch noch ein kurzes Video. Ich habe schon gehört, dann grillen wir zu Hause, aber das lasse ich mal wegfallen. Das ist ja dann nichts mehr von euch. Und dann geht das Leben des Let's Playings weiter. Und das Arbeiten, alles sowas. Und wie lange nehme ich überhaupt schon auf? Oh, schon 5 Minuten. Na ja, geht aber. Ich würde dann sagen, das war es für dieses Video, für diesen Urlaub. Morgen dann das letzte Video. Bye, bye. Bye. I say this. If lyrics on records could produce songs about love, 99% is about love, and all we hear is love. But we don't. But we don't. 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 Vielen Dank.